servus leute hier ist wieder sauerkraut 700 und heute gibt es ein kleines fast feedback dort 4 video und zwar 16 hintergrund schon meine fast feedback einstellungen dann kommen die lenker settings die restlichen also erweiterte eingabe und zu guter letzt kommen die globalen geräte einstellungen noch er hätte gesagt los so lektor wenn der ich das ganze gefällt aber nicht so sehr gut und dort bis zum nächsten mal tschüss und